ich will noch ein bisschen klein für Lager weil ich endlich mal ein bisschen Weizenmehl kann ich gar nicht so nicht reif das ist reif eben mit rechten geht das irgendwie nicht ich kann das auch schon gut ach so das ist ja auch von Pemps Harvest Craft nur das ist jetzt ja aber es ist voll die Ungewöhnung jetzt von da ist aber ich weiß ob es reif ist aber ich glaube das ist reif ja es ist okay jetzt mal so ein bisschen mal Daumen machen ich wollte eigentlich noch ich wollte ja eigentlich noch mal Schafe so ne ich habe jetzt schon zwei Dings zwei Wolle so das müsste eigentlich alles reif sein hier mal Pi mal Daumen oh ist das denn die Bände die Musik ist glaube ich ein bisschen zu laut oh Leute daneben der Schlucht ist direkt noch mal Schlucht noch nicht geil das ist ja wie wie gemacht hier bist du eigentlich ein Niederbett der Gig oh jetzt konnte ich die ganze Viecher ne Jungs und Mädels ihr solltet schleunigst reingehen ist es so dunkel haben die hier nicht irgendwie Fackeln die ich nochmal auf die zweite Hand legen kann dann geht die aus der Kirche nicht mal aus wir haben hier genug Fackeln so geht das natürlich jetzt dadurch dass wir auf 1 10 spielen kann ich jetzt immer schön in der linken Hand eine Fackel halten aber es ist trotzdem übel dunkel ich sehe überhaupt nichts soll ich auch nochmal Fackeln machen so das sieht sehr reif aus das ist ja lustig wenn ich Weizen in der Hand halte leuchtet die Fackeln nicht sehr witzig komisch warum auch immer so das sieht sehr reif aus hier ich auch mal direkt hier ein bisschen und so ne das wollte ich jetzt nicht machen ist ja dufe also wenn ich Weizen also wenn ich auch die Weizenkönner pflanze sehe ich nix weil die Fackel dann aus ist sehr gemein ok kann man es vielleicht umkehren dass ich das mal tausche ne hä der Hunger füllt sich bei mir irgendwie immer wieder wenn ich das essen will wird sich da automatisch mir hat sich auch grad gefühlt ist ja komisch ich hab noch nichts gegessen hier ist ja witzig wahrscheinlich nur durchs angucken oder durchs ernten wer die immer direkt hat ha da ist grad was explodiert Helbert hab ich gehört aber ich hab den Mobgriff schon ausgemacht oder ich glaub da müsste eigentlich nichts passieren ja da ist irgendwo auch kühlt jetzt auch da gibt es ja diese ein oder anderen Viecher die ein bisschen die die Entgebung kaputt machen das wollen wir natürlich nicht so ich hab jetzt schon mal die ganze 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 Menge nein das übertreibt grad ein bisschen ein bisschen oh ich älte das mit der Fackel alter ich hätt sie mir einfach mal hier hin so na müssen wir jetzt hier mitnehmen die Fackel hallo Fackel Fackel was Fackel ach da ok so wer hat noch nicht hier das ist ja reif das auch so wundert mich dass ich hier grad keine Viecher auch draußen habe da ist ein Skelett ok so so das ist glaube ich alles hier ok das ist geil dass hier auch so viele Felder sind boah das ist glaube ich so ein Golem Herbert echt von More Creatures ja ja genau oh oh was ist weg hier ja oh Gott einer macht der Damage alter mit einem Dings mit einem Schlag hat er mir vier Herzen abgezogen gut ich hab auch keine Rüstung jetzt krass ich muss schnell hier rein boah da will die alle rumhocken das ist mein Haus das übernehme ich jetzt ok wo was ist das boah da fliegt was da fliegt was Toilette ich bin in den Brunnen gefallen Experten Experten bei der Arbeit scheiße ähm ja aber das du bist ja jetzt da ist voll peinlich gerade ich seh auch einfach überhaupt nichts gewusst wie würde ich sagen und wir haben die Viecher alter so den nehmen wir mal wieder weg hier woher hab ich den überhaupt mit dem Block wahrscheinlich hat der der Golem irgendwas kaputt gemacht hier aber ich hab das ja eigentlich ausgemacht was ist denn da bitte eben rumgeflogen Gott, Glück, Glück muss bei um Gottes willen bei More Creatures mich mal ein bisschen in die Configs mal ein paar Viecher ausmachen aber guck mal jetzt wieso fühlt sich mein Hunger jetzt auf das verstehe ich jetzt ja gerade mal nicht ist ja vielleicht gibt's da echt eine Game Rule die das macht eigentlich nicht ne Anti, Fire Take, Mob Loot, Mob Spawning Mob Griefing haben wir schon aus Spawn Radius ok den gibt's nicht jetzt will ich hocken jetzt hier aber ich bin natürlich sehr schlau und hab einen Hintereingang hier mitgeschaffen ich kann hier mal ein bisschen rausgucken das ist echt cool oh das oh das bin ich sehr sicher hier warte ich mach mal hier zu so oh dann weiß ich mir lieber nach außen ja ey die ersten Erstaufnahmen sind immer sehr chaotisch das müssen wir mittlerweile auch von uns kennen ich hoffe mal dass ihr dann sich auch nochmal melden ich muss auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme Quatsch in der nächsten am nächsten Tag muss ich mal bisschen auf Schafsuche gehen boah wir haben jetzt ja das neue System ne da darf ich ja nicht fuck ich bin fast durch nein nicht die nein nicht sterben boah mit einem Herz boah da hat der Server ganz kurz geleckt oder was auch immer hier geleckt hat gerade boah das war knapp die Musik will ich jetzt grad mal nicht was war das denn bitte gerade okay natürlich ist jetzt über die Ungewöhnung dass man nicht mehr spammen darf hier man muss immer abwarten jetzt oh wei oh wei guck mal da kommt er gleich an solange hier kein Skelett ist mir das eigentlich ziemlich egal so müssen wir jetzt aufpassen aber ich frag mich warum ich jetzt grad nicht regeneriere ich bräuchte mal langsam hier ein Crafting Table ich muss irgendwas essen wieso regeneriere ich denn jetzt auch nicht dauert das ein bisschen das ist sowieso neu dieses ganze das ist erst ab der 1.11 also irgendwie ist dieses Regenerier- und Hunger-System auch ab der 1.9 oder 10 wo das glaube ich auch geändert oh Gott da müssen wir alles hinsetzen hier natürlich mit einem neuen Mikro und so natürlich klar hier so ist aber noch alles etwas ungewohnt aber so langsam spielt sich das hier auch ein so bisschen dicht da ran hier so okay wir müssen entspannt einsetzen so was war das? was fliegt da? jetzt bin ich jetzt ein bisschen riskant hier so oh Gott oh Gott Baby-Zombie scheiße oh das war knapp die sind die sind hammer selten die Viecher ne wollte ich nochmal anmerken also die die Baby-Zombies mit mit Hühnchen sind ein bisschen selten aber natürlich haben wir direkt was abbekommen hier da ist er wieder da da ist er wieder da warte derzeit wo Nacht ist guck ich nochmal ganz so ob man irgendwo anschalten kann mit diesen Dingern Werkzeuge, Datenablage ist immer Nacht ja deswegen ich bin fast gestorben ich habe ein Herz noch nächste Seite verstelle NII-Sichtbarkeit ist das vielleicht? oh lieber Merlemo falls du das hier gerade siehst wie ist wie heißt dieser Mod oder wozu gehört das wo man sehen kann was man anguckt ich weiß tatsächlich nicht gehört das hier zu? ich verstehe die wir haben eigentlich einmal NII also äh not ich weiß gar nicht äh dann einmal das andere also NII und einmal JII Profilrezepte Layout-Stil Puh kann ich ja dieses auf jeden Fall nicht keine Ahnung aber er weiß was gerade sehr sehr komisch ist ich habe ja noch ein Herz aber durch diese komische Essen Essens Regeneration volles regenerierst du das Ding nicht ne? ich glaube ich muss mal schlafen aber da fliegt ein Drache es gibt hier echt Drachen hier ich habe Angst wirklich da ist echt ein so etwas kleinere natürlich aber ein Drache aber ein Drache und ich bin übrigens in den Brunnen gefallen er hat er hat richtig Experte ah 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 ich guck mal hier raus oder da war irgendwas sag mal jetzt kann er mal langsam krach werden hier bin ich hier eigentlich neun und drei so viel zu hoch na gut ich kann nicht mehr warten ich will jetzt wir brauchen sowas von Schafe das ist auch glaube ich so wenn man jetzt wenn man jetzt pennt was ist was kommt denn da hinten an was ist das denn ach ein Wehrwolf als ob lol da würde ich mich in die Nacht nehmen ich glaube die kann man dann mit Goldensperten mitkämpfen ja aber der ist auch gerade mutiert der war eben noch ein Mensch dann war er wieso ist es auf einmal so dunkel fängt jetzt an zu regnen hä wieso ist es jetzt dunkler als vorher es ist es ist nicht so ne Art Vollmondnacht Herbert ich habe Angst ich komme zurück es ist eben dunkler es ist eben dunkler geworden als vorher Herbert es ist doch jetzt wieder hell nein oder mein Shader verspackt rum ne hallo die Zombies sind noch von der Tür also bei mir ist gerade Tag Tag? hä? ok das ist äh jetzt muss ich diesen Shader Support doch ausmachen wenn es hier schon gleich ein Putzer weg ist ach ne weil es wurde gerade als der Mond untergegangen ist wurde es noch dunkler haha ah wie komisch hä es ging doch aber eben auch als ich den das Texture Pack gewechselt habe mysterious mysterious so jetzt ah jetzt ist Tag oh Gott ich höre ein Zombie wieso kommen die jetzt hier rein? wieso ja die Tür aufgemacht wahrscheinlich die Dorfowunder selbst die Vollidioten hier ist noch das Zombie ist bestimmt sind bestimmt welche gestorben jetzt weil es hier doof sind oh lol scheiß ich bin gleich tot oh Gott ich bin jetzt 2 boah was pvps geht ach ja noch Baby Zombie ne der ist ja auch noch nein ich bin gestorben oh nein also ja ich hatte ich hatte noch ich hatte noch ein einziges Herz weil es ist nicht regeneriert und Baby Zombie ist in diesem immer so unberechenbar ja wie du am ersten äh auch mal wieder stirbst in der Qualle das ist auch schön natürlich wurde ich jetzt vergiftet von der Qualle leck mich doch am Arsch wirst schon fast gesagt als ich auf sie zugeschwommen bin also ich soll als ich bin aber der ff ff das ich weiß nicht ob es gerade an meinem internet liegt oder an deinem her weil auf jeden Fall habe ich gerade wenig bis gar nichts verstanden haa So Scheiße, ich regeneriere jetzt glaube ich nicht mehr, oder? Ja, ich weiß auch nicht Das ist irgendwie etwas Was ist das denn da? Okay, der dort bewohnt, der guckt irgendwie Sehr, sehr nicht sagen in die Ferne Also wie so, hat der Herzen um sich herum Geht's ihm gut? Fleischer Der Fleischer hat eben Herzen um sich herum Und hat in die Ferne geguckt Okay Der erwartet bestimmt jemanden Okay, jetzt habe ich tatsächlich alles verloren Aber der hat auch Herzen um sich herum Komisch Vielleicht regeneriert er gerade Ja, das kann natürlich sein Das hätte ich auch mal gebrochen, weil bin ich eh gestorben Ach, lol, das ist an die Sieg Ach, leck mich doch am Arsch So, Herbert, hast du schon einen Craft & Terry gemacht? Herbert Hast du einen gemacht, Herbert? Ja Okay, ich habe es eben nicht gestanden So, komme ich darüber mit Jamal, ich glaube nicht Da wird dann mal jemand sterben Wenn da jemand hier reinfällt Würde mich nicht wundern Und wo ist der, Herbert? Ich habe es eben nicht verstanden Sorry Nee, bin ich bei mir Jetzt kommen wir mal unten hier Achso Alter Ich höre gar nichts Oder auf einmal Kommt, kommt das, was du gerät hast So, am Stück Oh, ey, aber Aber jetzt geht es wieder Alles ist einfach komisch Was ist das denn da unten? Vogel? Oh, die sind in der Schlucht Die kommen dann bestimmt nicht mehr raus So, ich muss Schafe suchen Und ich darf nicht ablenken jetzt hier Dass ich das für vielleicht schlafen Ich regeneriere, jetzt regeneriere ich Aber richtig schnell Ja, ja, das ist irgendwie komisch Ich weiß auch nicht warum Ich gehe mal ein bisschen darüber Da ich mir zwischendurch schlafe Guck, jetzt habe ich auch dieses Disso, das sieht jetzt auch wieder anders aus Komisch, hätte ich das die umgestellt? Keine Ahnung Oben ist mir mal Eisen So, Schäfchen Wo seid ihr? Da sind Schweine Da quake mich wieder irgendjemand voll Ach, guck mal Hey, also Es gibt einen kurzen Moment Wo ich nicht mehr rennen kann Also wo Ich noch drei Hungerdinger habe Und dann regeneriert es aber direkt wieder Boah, die ganze Tiere hier Guck dir das mal an Im Wasser Schön Aber die bewegen sich irgendwie Verdächtig synchron alle Ist ja geil Die bewegen sich alle so Alle gleich Okay, jetzt nicht mehr Okay Komisch Guck mal, das ist wieder Hungerregeneration Also da ist irgendwas faul Ach, komm Weil mal ist sie voll Mal nicht Die schwitzt Die schwitzt Die switcht immer so hin und her Schaf, nee Ja, aber Du musst trotzdem was essen Es ist Zeit, als wenn du es zum normalesten würdest Und dann regenerierst du auch wieder Okay, keine Ahnung Man, ich finde die keine Schafe Alle Tiere, aber keine Schafe Überall Kühe Geh mal da rüber Also Kühe sind auf jeden Fall genug Sogar Pferde Also eins Aua Oh, schon wieder ein Creeple Oh, nee Ha Oh Gott Guck mal, jetzt habe ich gerade kurz Schaden bekommen Wegen Hunger Und dann regnet es nicht wieder Hä Fuck Oh Oh Ich steppe gleich nochmal, wenn es so weiter geht Oh, hier sind kleine Firefliegen Fireflies Also irgendwas stimmt da nicht Hey Hey Hier haben wir mal ganz schnell ein paar Ich meine Spinner Oh Gott, ich muss jetzt backen, nee, zum Glück nicht Oh, hallo ja Noch eine Schlucht, bis sie mich verarschen Soll ich mir je, was hier rauskommt Also entweder das Hungersystem backt übel rum Oh, ha, 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 ha Oh, nee, das ist nicht mehr so groß Oh, nee, das ist nicht mehr so groß Oh, hab ich mich erschrocken, nee Und diese schnellere Regeneration ist auf jeden Fall richtig Okay, guck mal, ich 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 guck mal, das ist ungut Ja, ich habe so eine Hallo, da war ich schon Hör ich immer nur Echt? Ja, aber es liegt, ich glaube, es liegt, glaube ich, an mir, aber Minecraft läuft ja, das ist noch nicht abgestürzt Ich glaube, ich habe jetzt nicht sagen dürfen Oh, die Musik ist schön Ich rede mal ein bisschen durch die Gegend hier Was ist denn hier überhaupt? Ach, da oben bist du Einfach Holz auf dem Weg Normalerweise sind doch Schafe so Hier vielleicht Sehr schön Ich springe immer noch automatisch, das muss ich mir immer wie abgewöhnen jetzt So, ich bin Irgendwo rausgekommen Und, ey, das war sogar hinter dem Dorf, sehr schön Also normalerweise sind doch Schafe so auf grünen Wiesen, ne? Ja, aber schon Ich sehe leider keine Ich probiere jetzt, dass wir was zu essen Ich muss mal in die andere Richtung gehen, in den dichten Wald, da sind bestimmt ein paar mehr Ich guck mal, pro Vora, Jona jetzt mal die Nachrichten um die Gelegenheit Wesen haben oder so Guck mal, ich kann nicht, ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen Weizen mit hier, wenn ich schon mal hier bin Gut, ich will hier auch immer direkt nachpflanzen, ich meine, ich bin hier Das hängt alles ein bisschen rum hier Er wird bei dir lecker selber aber nicht, ne? Nö Also vorher einmal kurz, aber Ja, gut, das ist jetzt normal eigentlich Aber, sagst du, das ist immer so ein bisschen, das ist immer einmal dann so extrem doll und dann nicht mehr Also, irgendwas spinnt hier rum So Ich glaube, ich muss auch nicht wissen, hier wird Ja, 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 das kommt aber heftig Weil ich guck mal ganz kurz, ob die Leute gelesen haben hier Ne, keine Ahnung Dann haben sie Pech gehabt, weil Jona hat ja gesagt gestern Heute nach dem Mittag ist ja auf jeden Fall, kann er auf jeden Fall Ist jetzt gleich um drei Deswegen sind wir einfach mal so frech Wir haben schon mal angefangen Aber wir müssen jetzt hier ja auch nicht groß reißen Also, dass die anderen jetzt irgendwie die anderen beiden großen Nachteil haben Und wie man sieht, ich bin momentan auch nicht sehr produktiv Im Gegensatz zu Herbert Also, verpassen sie eigentlich auch nicht viel So, ich renne da mal darüber Es ist, glaube ich, auch so, Herbert, jetzt, dass man in der Ab der 1, vielleicht ist es auch 1.11 Aber das Hungersystem wurde auch komplett neu Also, wenn man normal geht, also, wenn ich nicht renne Wenn ich normal gehe, verliere ich keinen Hunger Und wenn ich, also, das wurde alles so ein bisschen rabt gesetzt Nee, ja, also, dieser Hungerleistung ist einfach schwierig Naja, aber auch das ganze System Ach, guck mal, guck mal, der Waschbeer jagt auch Krass Boah, schön, wie das Licht so aus den Aus der Küche rausleuchtet Boah, guck mal, wenn man sich das mal so anguckt Hier, warte, ich muss mal kurz so ein Boah, das sieht doch nicht mal nach Minecraft aus So, ohne Witz, oder? Oh, ho, ho, ho Oh, das ist geil Boah, sieht das echt Das ist hammerkrass Also, das ist extrem krass gerade hier Weil ich wechsle mal das Texture Pack Wieder zu dem alten So Und dazu diese wunderschöne Musik Einfach der absolute Oberhammer Das weg Das auch weg Das auch weg Da, 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 da Da haben wir wieder hier fest aus am Start, so So, wie sieht das? Oh, das sieht doch krasser aus, Alter Das Texture Pack ist einfach Oberhammer Das müsste eigentlich auch laufen, ne? Ja, das geht eigentlich auch besser Aber liegt wahrscheinlich auch an der Aufnahme Dann hol ich mir jetzt da unten das Wasser Boah, hier bist du rein Ich dachte gerade, hä? Es tut mir leid, dass ich so oft das Texture Pack wechsle, aber Ich mache sie noch gerne So Zeig Also corridor Ich kauzeite Na von einmal Ich Arrived Ich habe Radio ibilidad Ich sage